was geht youtube grkfreaks ist hier willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und willkommen zu einer weiteren clip of the week auf dem grk sniping channel wir sind in einer reinen black ops 1 folge und starten rein mit der karte kiel auf ray sehr sehr neister trickshot er switcht hier von der python auf die claymots l96 versucht glaube ich den glideshot der nicht ganz funktioniert dennoch sehr sehr nice und verdient auf jeden fall in dieser episode vertreten und dann haben wir gleich noch einen zweiten clip aber währenddessen könnt ihr gerne mal auf like drücken und für die leute die neuen kanal sind sehr gerne ein abo da lassen ich denke für diesen trickshot da kann man oder hat man bestimmt bock auf mehr da könnt ihr auch gerne die alten videos abschicken da seht ihr doch bestimmt den einen oder anderen banger und wir machen weiter mit unserem leader dem lieben grk nasty der kann tatsächlich trickshot das ist ein mythos aber der wird jetzt bestätigt er flasht hier sich selber switch zu l96 und holt den gegner auf distance der gerade versucht hat ihn zu töten also sehr sehr neister trickshot sehr kreativ aber ich muss ganz ehrlich sagen ich finde platz 1 dann doch nochmal ein ticken besser aber dennoch sehr sehr nice und wie immer war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja wie gesagt lasst gerne leichter lasst aber wir sehen uns im das video hausen und tschau